Musik Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich hier eingefunden, eigentlich mit Viktor verabredet, der aus irgendeinem mir unbekannten Grund nicht da ist. Aber da ich mich so vorbereitet habe auf die Lesung, möchte ich die jetzt gerne machen. Ich habe ihm aber geschrieben, dass sobald er kommt, dass er mich bitte anrufen soll und dann werde ich ihn natürlich in das Gespräch und die Lesung mit reinnehmen. Er hat von mir die PDFs bekommen und wir hatten uns eigentlich verabredet heute Abend um 8 Uhr, um eine Lesung zu machen über Unam Sanctam und Diktatus Papai. Weil die beiden Papiere passen wunderbar zusammen. Ich habe in den letzten Tagen von einem meiner YouTube Zuschauer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das auf YouTube auf dem Kanal war oder ob das die Sandra Hartl war, die mir immer sehr viele Dinge über E-Mail schickt, jedenfalls einen Link bekommen über Diktatus Papai. Ein Papier, das verbunden wird mit Papst Gregor VII, den wir ja auch unter dem Namen Hildebrand kennen. Und das wunderbar zusammenpasst für die Lesung machen zu können von Unam Sanctam, die ich ja schon vor einiger Zeit geplant hatte, als wir Romanismus und die Reformation letztes Jahr angefangen haben zu lesen. In einer der ersten Lesungen sind bin ich da kurz auf Unam Sanctam eingegangen und habe gesagt, dass ich da mal ein größeres Video drüber machen will, wenn ich mich da nicht innerhalb einer Lesung von einer Stunde damit beschäftige, also das damit reinnehme, wie bei Romanismus und die Reformation, wo es nur Teil war, sondern mich wirklich mal mit dem Thema beschäftigen kann, also ein längeres eigenes Video über Unam Sanctam zu machen. Und dann kam dieses Papai Diktatus dazu und das fand ich wunderbar dazupassend und deswegen habe ich mir vorgenommen, das heute Abend zu machen. Und wie gesagt, wenn Victor dazukommt, dann freue ich mich, das fände ich wunderbar. Aber wenn er nicht dabei ist, dann mache ich das halt heute alleine hier. Ja, wir haben also dieses Papier Diktatus Papai und ich werde gleich mal erklären, warum dieses Papier so wichtig ist. Und bevor wir in dieses Papier Diktatus Papai gehen, möchte ich da reingehen, dass wir drei verschiedene Päpste haben, drei verschiedene Antichriste, die alle drei sehr, sehr schlimm waren und sehr, sehr bedeutend, sehr, sehr wichtig für die Entwicklung der römisch-katholischen Kirche, für die Entwicklung der neuen Weltordnung, für die Entwicklung, die wir auf dieser Welt eigentlich so haben. Es gibt natürlich noch viel mehr. Ich könnte noch andere aufzählen, wie zum Beispiel Pio IX, also Papst Pius IX, Papst Pius XII, die ich jetzt gar nicht damit aufzählen werde. Natürlich auch Leo X, zur Zeit von Martin Luther. Aber wir wollen uns heute auf drei andere konzentrieren. Und die drei anderen möchte ich euch mal eben zeigen, kommen in Romanismus und die Reformation vor. Die sehen wir hier in diesem orange angestrichenen Feld hier. Drei Namen fallen, sagt Henry Gretten Gillis in seinem Buch Romanismus und die Reformation hier auf, drei Namen fallen in den drei mittleren Jahrhunderten dieser dunklen Periode auf. Wir sprechen also über das dunkle Zeitalter. Und über genau die drei, zumindest die ersten und den letzten, sprechen wir heute auch ausführlich in dem Papier Dictatus Papai und in dem Papier Unam Sanctam oder Einzigkeit der Kirche. Ja, der Historiker des Mittelalters sagt zu Recht, Zitat, So wie Gregor VII. die größte Usurpation der Menschheit darstellt, bis man die Geschichte von Innozenz III. betrachtet, so wird Innozenz III. durch die höchste Kühnheit von Bonifatius VIII. wiederum in den Schatten gestellt. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir wüssten, um welche Päpste geht es hier. Also, der Erste, der hier genannt ist, ist Gregor VII. Gregor VII. hat auch den Beinamen Hildebrandt, ein Deutscher. Den kennen wir ja aus der Zeit von Heinrich IV., dem deutschen König Heinrich IV., weil er hat den König bewogen, den Gang nach Karl-Nossa machen zu müssen. Und warum hat Heinrich IV. den Gang nach Karl-Nossa machen zu müssen? Weil er beim Papst im Grunde zu Kreuze gekrochen ist. Er hat sich dem Papst ergeben, er hat gesagt von, okay, Papst, du hast mehr Macht als ich. Die größte Usurpation der Menschheit, sagt hier der Historiker in dem Buch von Henry Gretten-Gelles, die größte Usurpation der Menschheit, stellt Gregor VII. dar. Gregor VII. gilt als der Begründer des Gleiches Gottes hier auf Erden, sage ich mal so. Weil er mit seiner Politik bestimmte Dinge durchgesetzt hat. Was das genau ist, das besprechen wir gleich in Dictatus Papai. Da gehe ich jetzt nicht allzu tief drauf ein, das sehen wir gleich. Innozenz III. wird in der höchsten Kühnheit wiederum nur von Bonifatius VIII. in den Schatten gestellt. Innozenz III. ein Name, der schon, also, Innozenz heißt der Unschuldige. Einen Antichristen den Unschuldigen zu nennen, ist ja wohl ein Witz und eine Blasphemie. Also, naja, jedenfalls, dieser Innozenz III. ist verantwortlich für die Einführung der Kreuzzüge und der Inquisition. Er hat Kreuzzüge führen lassen und vor allen Dingen ist er wichtig für die Einführung der Inquisition, die dann mehrere hundert Jahre lang die bibelgläubigen Christen überall in Europa verfolgt hat. Und dann kommen wir zu Bonifatius VIII. Bonifatius VIII. ist derjenige, der die Bulle Unam Sanktam erlassen hat, nachdem er wiederum ein Problem hatte mit einem französischen König. Diesmal ist es in Frankreich, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Heinrich IV. war später. Ähm, zufällig derselbe Name wie der Deutsche gerade eben. Ähm, nee, der Punkt ist, dass Bonifatius VIII. Der war dann derjenige, der die Bulle Unam Sanktam erlassen hat, aufgrund des Streits mit dem französischen König über die Tempelritter. Ja, weil der französische König zu dem Zeitpunkt gesagt hat, so, ich habe hier die Macht und ihr, die Tempelritter, seid mir unterstellt. Und da hat der Papst dann gesagt, nee, 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 das ist anders. Und das besprechen wir dann in der Bulle Unam Sanktam. Und deswegen sind diese drei Päpste so unglaublich wichtig in der Papstgeschichte. Und wir werden uns jetzt erstmal, also ich habe hier ein Bild von Gregor VII. Ich habe aber auch noch ein Bild vorbereitet von Innozenz III. Das ist also der, der die Kreuzzüge geleitet hat und vor allem die Inquisition eingeführt hat. Und dieses Bild übrigens, das ist eine Medaille, die ist so dargestellt in dem Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Da haben die so eine Wand, wo verschiedene Päpste dargestellt sind, auf solchen Abbildungen wie hier. Da kann man sich ja auch mal fragen, warum ausgerechnet der Papst, der die Inquisition eingeführt hat, in den Vereinigten Staaten von Amerika, einem sogenannten protestantischen Land im Kongress, abgebildet ist. Gute Frage. Und wir haben dann als Dritten noch Bonifaz VIII. Und da habe ich hier ein Bild von, das ist mit einer englischen Erklärung hier nebenbei, über was er nicht alles auf dem Kerbholz hatte. Und das ist eben sein Bild hier. Also, über diese drei Dinge wollte ich mit euch sprechen. Erstmal hier den Grundlegen aus Romanismus und die Reformation. Nämlich, schaut, diese drei Päpste sind wichtig für die Geschichte, weil Gregor VII. hat die größte Usurpation der Menschheit dargestellt, bis man die Geschichte von Innozenz III. betrachtet. Nun, Gregor VII. war 1075, der Fall, über den wir sprechen. Innozenz III. war 1209, was in der Richtung. Und Bonifazius VIII. war 1302. Also, das sind natürlich ungefähr dann knapp 300 Jahre alles auseinander. Anfang tun wir jetzt also mit dem Papier Dictatus Pabei. Das habe ich so aus Wikipedia von der Seite runter kopiert, in einen PDF reingetan. Diese drei Seiten hier. Und wir lesen hier, dass man als Dictatus Pabei bezeichnet man ein lateinisches Schriftstück, das sich im Briefregister Papst Gregor VII. unter den Briefen vom März 1075 befindet. Es wird heute im Vatikanischen Archiv aufbewahrt. Die Überschrift Dictatus Pabei, also eigentlich heißt das Diktat des Papstes, dass es sich dabei um ein Eigendiktat Gregors handelt. Also mit anderen Worten, er schreibt für sich selbst auf, was er hier als Gesetz empfindet. Der Text war wahrscheinlich nicht zur Veröffentlichung außerhalb der Kurie bestimmt. Das heißt aber nicht, dass er nicht außerhalb der Kurie, also der Kardinalsversammlung, die die Päpstiger wählen, nicht veröffentlicht wurde. Das sagt es nicht aus. Es sagt nur, dass es da wahrscheinlich nicht für bestimmt war. Nicht, dass es nicht passiert ist. Trotzdem sagt das Papier weiter, hatte er einen großen Einfluss auf die Vorgehensweise von Papst Gregor VII. Er, der Text. Jeder der 27 kurzen und prägnanten Sätze beginnt mit Quad, also das, und gibt offenbar ohne besondere Ordnung Gregors Vorstellungen über die Stellung des Papstes innerhalb der Kirche und im Verhältnis zum Kaiser und im Verhältnis zur ganzen Welt wieder. Mit den Leitsätzen 8, 9 und 12 stellt er sich sogar über den nach damaliger Auffassung von Gott eingesetzten Kaiser und macht seinen Herrschaftsanspruch auch über den weltlichen Staat geltend. Hier haben wir also die Basis gelegt bekommen, oder verstehen wir, dass die Basis gelegt wurde für, wo die römisch-katholische Kirche sagt, die geistige Gewalt steht über der weltlichen Gewalt. Ihr kennt ja aus der Vatikanflagge die zwei Schlüssel, der silberne, die weltliche Gewalt, und der goldene, der da drüber liegt, die geistliche Gewalt. Martin Luther in seinem Schreiben 1520 an den christlichen Adel deutscher Nation, der gesagt hat, dass eben die Kirche diese drei Mauern um sich gebaut hat, wovon eine Mauer ist, dass sie eben meint, dass die geistliche über der weltlichen Gewalt liegt. Und deswegen habe ich mir auch den Satz hier gelb angestrichen, nach damaliger Auffassung von Gott eingesetzten Kaiser. Ja, man hatte damals das Verständnis, dass der Kaiser von Gott eingesetzt ist, aber da der Papst der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, wer setzt ihn dann ein? Unser Vater im Himmel oder derjenige, der sich Vater hier auf Erden nimmt, nennt Papai, der Papst. Seine Heiligkeit, seine Exzellenz und was weiß ich noch, welche Titel er nicht alle meint, tragen zu müssen, er ist der Gott, der die Kaiser einsetzt. Und das hat er auch in Canossa dem Heinrich IV. ganz deutlich gemacht. Nun, diese Leitsätze, diese 27, die wir gleich noch lesen werden, zeichnen sich durch eine atemberaubende Kühnheit aus, die von der Rechtstradition durchaus nicht immer abgedeckt ist, wie Horst Fuhrmann formuliert. Tatsächlich beruhen die meisten Thesen auf der damaligen kanonistischen Tradition, unter anderem auf den Pseudo-isodorischen Dekretalen. So, wer jetzt nicht weiß, was die Pseudo-isodorischen Dekretale sind, da öffne ich mal kurz den Link. Das habe ich auch in Romanismus und die Reformation damals besprochen. Fälschung, das ist ein übergrafender Name für die umfangreichste und einflussreichste kirchenrechtliche Fälschung des Mittelalters. Es geht um eine bewiesene, erwiesene, sogar in der römisch-katholischen Enzyklopädie nachgewiesenen Fälschung. Diese Fälschungen sind im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts im heutigen Ostfrankreich entstanden. So, und worum geht es dabei? Die bewegte Geschichte des Frankreichs im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts gibt den Hintergrund für diese Fälschung ab. In den 30er Jahren wurde Ludwig der Fromme von seinen Söhnen abgesetzt, um seinen Thron kurz darauf zurückzuerhalten. Bei diesen Absetzungen und Wiedereinsetzungen spielten kirchliche Würdenträger schon deswegen eine Rolle, weil sie die Kirchenbuße für das angeblich sündhafte Leben der Herrscher verhängen mussten. Diese Beteiligung an den politischen Wirren hatte nach Wiedereinsetzung des Herrschers für einige der Beteiligten den Verlust ihrer geistlichen Würde in recht summarischer Form zufolge. Es ist wahrscheinlich, dass diese Vorgänge in der Entstehungsgeschichte der Fälschungen eine erhebliche Rolle gespielt haben. Der kirchliche Strafprozess war das Hauptinteresse der Fälscher. Sie lassen ihre Märtyrerpäpste verkünden, dass jeder Ankläger eines Bischofs mit ewiger Verdammung und mit Höllenstrafen zu rechnen habe, dass, sofern es doch einmal zu einer Anklage gegen einen Bischof kommen sollte, der Bischof durch 72 Teugen gleichen Ranges überführt werden müsse. Komisch haben wir 72 Jungfrauen, die im Paradies auf die Märtyrer im Islam warten. 72 Bischöfe waren in Frankreich übrigens schwerlich aufzutreiben gewesen, so viel gab es gar nicht. Dass der Angeklagte sich seine Richter selbst wählen dürfe, dass er zu jeder Zeit an den Bischof von Rom appellieren dürfe und anderes mehr, was den Prozess oder eine etwaige Verurteilung im Grunde unmöglich machen sollte. Zugleich finden wir eine ausgeprägte Feindseligkeit gegenüber den Metropoliten. Also der erste Absatz hier sagt uns ganz deutlich, dass hier Wege gefunden werden, um den Klerus im Grunde Immunität zu geben gegenüber weltlichen Gerichten. Zugleich finden wir eine ausgeprägte Feindseligkeit gegenüber den Metropoliten. Deren Handlungen sind den Fälschern grundsätzlich suspekt. Sie dürfen außerhalb ihrer eigenen Diozöse nur in Übereinstimmung mit ihren Suffragan-Bischöfen tätig werden. Die Suffraganer haben jederzeit das Recht gegen ihren Erzbischof, den Papst in Rom, um Hilfe anzugehen. Dabei bleibt festzuhalten, dass die römischen Bischöfe des 9. Jahrhunderts noch weit von der Machtstellung ihrer hochmittelalterlichen Nachfolger entfernt waren, von der heutigen Stellung in der Kurie in der römischen katholischen Kirche ganz zu schweigen. Weitere Passagen der Fälschung handeln in konventioneller Weise vom rechten Glauben, vor allem von Fragen der Trinitätslehre, also vom Verhältnis der Person, der in der Dreifaltigkeit Gottes, Gott der Vater, Gott der Sohn, der Heilige Geist zueinander. Wir wissen, dass die Trinitätslehre ja sowieso babylonischen Ursprungs ist, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Innerhalb der römischen Kirche muss das aber deutlich sein und darum geht es hier in diesem Fall. In der Betonung von Dreiheit und Einheit will man neuerdings auch die Anspiegelung auf die Notwendigkeit der Einheit des Fränkischen Reiches sehen, das ja um die Mitte des Jahrhunderts aus drei Teilreichen bestand, also des 9. Jahrhunderts. Interesse zeigten die Fälscher auch an bestimmten Fragen der Liturgie und der Sakramentenlehre. Die schiere Menge an Texten, die die Fälscherwerkstatt hervorgebracht hat, ist beeindruckend. Allein die Dekretalensammlung des Isidores Mercator, die dem ganzen Komplex den Namen gegeben hat, umfasst in der nicht immer zuverlässigen Ausgabe von Paul Hinchius mehr als 700 eng bedruckte Seiten. Die Leistung der Fälscher wird noch deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass die Fälschungen nicht etwa frei erfunden, sondern mosaikartig aus echten Texten zusammengestückelt sind. Die Fälscher müssen äußerst belesene Leute gewesen sein. Die Bibel, das römische Recht, also das kanonische Recht, fränkische Gesetzgebung, Konzilien, echte Papstbriefe, obskure Diözese-Statue, Diözösen-Anstatute, theologische Schriften, Geschichtswerke und mehr mussten als Bausteine für die Fälschung herhalten. Bis heute sind hunderte von Quellen identifiziert, aber die Arbeit ist keineswegs abgeschlossen. Die Fälscher haben jedoch ihre Quellen keineswegs einfach abgeschrieben, sondern sie mit einer gewissen Artistik immer wieder neu angepasst. Es gibt Sätze von etwa zehn Worten, die an verschiedenen Stellen der Fälschung in nicht weniger als acht verschiedenen Formen auftauchen. Das sind also gefälschte Papiere von diesem Pseudo-Isidor, wie es mit der Namengebung hat und so weiter. Das könnt ihr in dem Link selber gerne nachlesen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber wir müssen eben wissen, dass die meisten dieser Thesen, dieser 27 Thesen hier von dem Papst Gregor VII. hier im Bild, beruhen auf dem Pseudo-Isidorischen Dekretal, die also eine Fälschung sind. Also er beruft sich hier auf heutzutage und auch damals schon, also zu einer bestimmten Zeit, selbst in der Vergangenheit schon, man weiß ja schon langem, dass die gefälscht sind, beruft der Papst sich hier also auf Papiere, die nicht wahr sind, die keine Wahrheit beinhalten. Aber was der Papst dann sagt, ist ja komischerweise unfehlbar. Da kommen wir ein anderes Mal drauf hin. Trotz aller Einwände konnten sich Gregor, der VII. in diesem Fall, und seine Nachfolger mit ihren kirchlichen Forderungen durchsetzen. Das heißt, der Papst hat das einmal gesagt und die ganze Kirche hat das mehr oder weniger befolgt. Das Erste Vatikanische Konzil von 1870 erhob dann den Lehr- und Jurisdiktionsprimat des Papstes zum Dogma. Mit anderen Worten, wenn der Papst in Lehre juridisch ex cathedra von seinem Thron spricht, ist er unfehlbar. Den politischen Herrschaftsanspruch des Diktators hat der Gang der Geschichte erledigt. Das heißt, durch die Geschichte durch wird bewiesen, dass alle diese Herrschaftsansprüche in diesen 27 kurzen Sätzen, in diesen 27 Thesen sich im Lauf der Geschichte durchgesetzt haben. Das will das mit anderen Worten sagen. Und wie lautet das jetzt? Wir lesen hier auf der linken Seite das Lateinische und hier die deutsche Übersetzung. Der erste Punkt, das sind 27, dass die römische Kirche vom Herrn allein gegründet worden ist. Das ist ihre These. Das ist das Diktat des Gregors VII. Nicht vergessen, das ist sein Diktat. Das bestimmt er. Und da der Papst unfehlbar in der Position spricht, in der er spricht, ist das römisch-katholische kanonische Wahrheit. Geht auch über ein römisch-katholisch-kanonisches Gesetz. Also, die römische Kirche wurde vom Herrn allein gegründet. Dass allein der römische Papst mit Recht universal genannt wird. Ja, Gregor der Große, siehe Romanismus und die Reformation, habe ich dabei gefügt als kleinen Satz. Diejenigen, die die Lesungen von Romanismus und die Reformation verfolgt haben, die haben ja, ach, da ist der Victor ja. Na wunderbar. Dann rufen wir den doch mal kurz an. Und dann nehmen wir den Victor in das Gespräch hier mit rein. Kleinen Moment. Na. Moin. Moin, Victor. Meine Kamera läuft schon. Ich habe dir ja geschrieben. Ich fange schon mal an. Ich wusste ja nicht, ob du noch kommst oder was da los ist. Ich habe ja nichts gehört. Nee, richtig. Ich musste jetzt auch gar nicht groß erklären. Die Kamera läuft. Ich habe bereits angefangen. Ich bin in dem Papier Dictatus Papai nach meiner Einleitung. Ich habe ungefähr 20 Minuten jetzt bereits schon aufgenommen. Und ich bin jetzt gerade dabei, hier zu erklären in dem zweiten Papier, in dem zweiten Punkt von den 27 Punkten, dass allein der römische Papst mit Recht universal genannt wird, was zurückgeht auf Gregor den Großen. 594 nach Christus, wo wir uns daran erinnern, dass wir in der Lesung von Romanismus und die Reformation darüber gesprochen hatten, wie der Gregor der Große damals gewarnt hat, dass der Bischof von Rom, der sich universaler Bischof nennen lässt, der Vorläufer des Antichristen ist. Nicht wahr? Und der Gregor der Siebte stellt hier ja in seiner These, dass allein der römische Papst mit Recht universal genannt wird. So, das wollte ich jetzt erstmal eben sagen. Und jetzt wissen die Zuschauer auch, dass du da bist. Und dann möchte ich dich herzlich begrüßen zu unserer Sendung. Und ich wünsche einen schönen guten Abend. Ist alles in Ordnung soweit? Ja, hallo und moin moin. Ja, alles soweit gut. Und ich versuche dann, dir dann soweit zu folgen, an dem Punkt, wo du jetzt aufgehörst hast. Ja, ich habe eine Einleitung gemacht hier über Romanismus und die Reformation und habe hier in Teil 5 über die drei Päpste gesprochen. Gregor den Siebten, Innozenz den Dritten und Bonifaz den Achten und ihre Wichtigkeiten in der römisch-katholischen Kirchengeschichte und natürlich damit auch in dem Lauf der Geschichte unserer Welt. Und bin jetzt mit dem Diktatus Papal Papier angefangen, wo ich die erste Seite gelesen habe. Die hast du ja. Und jetzt gehen wir über die 27 Thesen hier und dann kannst du mich natürlich auch jedes Mal, ich will nicht sagen unterbrechen, aber kannst du mir ins Wort fallen, wie sich das gehört, wenn du da irgendwas zu zu sagen hast. So, jetzt mache ich mich eben hier auf nicht stören, dass mich keiner mehr nervt und dann können wir hier weiterlesen. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, so ist ein Live-Video. So passiert das hier. Also, Punkt 3 oder These 3 von Gregor VII, der weiterhin hier im Bild zu sehen ist. Dass er allein Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann. Das ist ja auch ein Thema, wo viele Länder ein Problem mit haben. Zum Beispiel der französische König, von dem ich gerade eben gesprochen habe, was wir auch in Herrscher des Bösen lesen werden, der den Zwist hatte mit den Tempelrittern im 13. Jahrhundert. Ich komme jetzt nicht mehr darauf, welcher König das war. Das kann ja vielleicht der Victor eben nachschauen. Das ist ja das Gute, wenn man hier so eine Sendung zu zweit macht. Da kann ich ihm ein Stichwort geben und er kann es nochmal raussuchen. Wer Anfang des 13. Jahrhunderts der König war, der von den Tempelrittern damals auf den Hintern gekriegt hat, wo der Meister-Templer meinte, du König, solange du uns dienst, hast du Macht und wenn nicht, dann nicht mehr. Und daraufhin hat Bonifaz ist der Achte dann ja die Note geschrieben, 1302, von wegen Unam Sanctam. Das ging da drauf hinaus. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher französische König das war. Das war ja dann im 14. Jahrhundert, Anfang des 14. Jahrhunderts wohl. Also, dass er alleine Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann, weil damals meinte der französische König, dass er das könnte. Heute meinen das zum Beispiel die Chinesen, dass sie selbst Bischöfe einsetzen können und dann kriegen sie immer Ärger mit Rom. Warum? Das habe ich auch in früheren Videos schon mal erklärt. Das hängt natürlich davon ab, wenn die Regierung eines Landes einen Bischof einsetzt, dann ist der Bischof natürlich der Regierung, die sein Herr ist, treu. Aber ein Bischof darf natürlich nur dem Papst in Rom treu sein und deswegen nimmt sich der Papst von Rom das Recht aus. Nur er darf halt Bischöfe einsetzen. Punkt 4, dass sein Gesandter auf einem Konzil den Vorrang vor allen Bischöfen hat auch wenn er einen niedrigeren Weihegrad hat und dass er gegen sie ein Absetzungsurteil fällen kann. Fünftens, dass der Papst Abwesende absetzen kann. Sechstens, dass wir mit von ihm Exkommunizierten unter anderem nicht in demselben Haus bleiben dürfen. Dass es allein ihm erlaubt ist, entsprechend den Erfordernissen der Zeit neue Gesetze zu erlassen, neue Gemeinden zu bilden, einen Kanonikerstift zur Abtei zu machen und umgekehrt ein reiches Bistum zu teilen und Arme zu vereinigen. Dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann. Ja, da denken wir mal eben kurz an Papst Pius IX mit seinem Diskorsi. Dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann. Da erinnern wir uns, ich suche das Bild nochmal eben raus, für die, die jetzt im Augenblick nicht wissen, was ich meine. Habe ich auch schon öfter gezeigt. Papst Franziskus beim Einmarsch 2015 in eine gemeinsame Sitzung des Senats und Kongresses in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist das Bild, in dem dann drin steht der Punkt, dass der Papst meint, alle heil an Cäsar. Papst Pius IX in seinem Dikorsi hat geschrieben, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zustehen. Das ist der ganz wichtige Punkt in dieser Aussage des Discorsi. Der deckt sich dann hier mit dem, was Papst Gregor VII sagt, dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann. Der Papst, also haben wir eine Kombination von Kirche und Staat. Habe ich ja auch vorher schon gesagt. Nach dem Motto, der Papst kann nach damaliger Auffassung von den Kaiser, der Kaiser war von Gott eingesetzt und da eben der Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, ist es halt dieser Gott, der den Kaiser einsetzt und der Papst macht sich selbst zum Kaiser. Deswegen hier das Discorsi von Papst Pius IX aus den 1860er Jahren dürfte das sein. Der nächste Punkt lautet, dass alle Fürsten nur des Papstes Füße küssen. Dass in den Kirchen allein sein Name genannt wird. Dass dieser Name einzigartig ist auf der Welt. Dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen und da haben wir eben wieder den Punkt mit dem Gang nach Canossa, den wir uns ja schon erinnern von früher, von Gehör zu haben bei Romanismus und die Reformation. Dass es ihm erlaubt ist, bei dringender Notwendigkeit Bischöfe von einem Sitz zum anderen zu versetzen. Dass er jeden beliebigen Kleriker aus allen Diozösen weihen kann. Dass ein von ihm Geweihte einer anderen Kirche vorstehen, aber dieser anderen Kirche nicht dienen kann und dass er von einem anderen Bischof keinen höheren Weihegrad annehmen darf. Dass keine Synode ohne sein Geheiß universal genannt werden darf, also katholisch. Dass kein Rechtssatz und kein Buch ohne seine Autorisierung für kanonisch gilt und das ist eben die Unfehlbarkeit, die 1870 im ersten Vatikanischen Konzil manifestiert wurde. Dass sein Urteil Spruch von niemandem widerrufen werden darf und dass er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann. Im Geiste der Bulle Unam Sanktam. Wir erinnern uns, dass was Gregor VII. hier sagt, dieses Papier kommt von 1075. Unam Sanktam ist von 1302. Aber der Geist dieser Bulle von Bonifaz dem Achten, wie sie 1302 rauskommt, ist bereits hier in den Thesen von Gregor VII. Dass er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann, aber ein Urteilspruch, dass sein Urteilspruch von niemandem widerrufen werden darf und er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann. Führen wir das noch ein klein wenig mehr aus. Er ist der Richter aller Menschen, aber kann selbst von niemandem gerichtet werden. Und das ist eben im Geiste der Bulle Unam Sanktam, die wir dann gleich noch besprechen werden. Dass er von niemandem gerichtet werden darf, dass der nächste Punkt ist, was ich gerade eben gesagt habe, dass niemand es wage, jemanden zu verurteilen, der an den apostolischen Stuhl appelliert, dass die wichtigen Streitfragen jeder Kirche an ihn übertragen werden müssen, dass die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist und nach dem Zeugnis der Schrift niemals irren wird, Unfehlbarkeit des Papstes, das ist hier angesprochen, zementiert 1870 im ersten Vatikanischen Konzil. Dass der römische Bischof, falls er kanonisch eingesetzt ist, durch die Verdienste des heiligen Petrus unzweifelhaft heilig wird, nach dem Zeugnis des heiligen Bischofs Enodius von Pavia, dem viele heilige Väter beistimmen, wie aus den Dekreten des heiligen Papstes Simakus hervorgeht. Ja, und den Simakus, da habe ich dann hier auch noch einen Link mit beigemacht, dann könnt ihr darüber lernen, wer das ist. Da fehlt jetzt aber die Zeit zu, weil wir wollten ja Unam Sankton noch besprechen. Das ist auf sein Geheiß und mit seiner Erlaubnis Klage zu erheben, dass er ohne Synode Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann, dass nicht für katholisch gilt, wer sich nicht in Übereinstimmung mit der römischen katholischen Kirche befindet, da haben wir also hier die Basis für Innozenz den Dritten und die Einführung der Inquisition. Er bestimmt hiermit, was ein Heretiker oder was ein Ketzer ist und dass der Untergebene vom Treueeid gegenüber Sündern lösen kann. Das Dokument ist eines von 100 durch eine Kommission ausgewählten, die in der Ausstellung Lux in Arcana den geheimen Vatikan Archiven veröffentlicht ab Februar 2012 in den Kapitolonischen Museum ausgestellt wurden. Also es ist ein originales Papier und ich habe da auch nochmal ein Bild zu, das möchte ich auch nochmal eben zeigen, das ist ein Foto davon, Dictatus Popeye, das ist also das originale Papier, das hat man jetzt also aus den Archiven, aus den Geheimarchiven des Vatikan freigegeben und deswegen sind solche Lehrsätze auf einmal hier bekannt. So, und da wir ja wissen, dass die römisch-katholische Kirche Semperi Adam ist, mit anderen Worten unveränderlich, Gregor VII, der hier 1075 in seinen Thesen niedergeschrieben hat, heute immer noch und das, was bis jetzt davon sich zementiert hat, als römisch-katholisch-kanonisches Recht, dadurch, dass es dann sogar in Bullen veröffentlicht wurde, wie zum Beispiel die Unam Sanktam, auf die wir jetzt gleich kommen, aber auch wie zum Beispiel im ersten Vatikanischen Konzil die ganze Erklärung, dass der Papst ex-Kathedra unfehlbar ist und so weiter und so weiter, all die Dinge sind heute noch gültig. Und eben wegen der Unfehlbarkeit der Papste 1870 erklärt, es sind auch diese ganzen Erklärungen vom Papst Gregor VII heute immer noch gültig. Punkt. Aus. Offiziell kann einem Papst nicht widersprochen werden. Dass einem Papst widersprochen wurde, dass sie sich gegenseitig widersprechen, dass Päpste da sind, die sich gegenseitig als Antichristen denunzieren und solche Dinge, das wissen wir. Und woher wissen wir das? Unter anderem aus der Geschichte, die wir gelesen haben in Romanismus und den Informationen über das Konzil von Konstanz, 1414 bis 1417, wo Jan Hus damals hingeloggt und dann verbrannt wurde. So, Vector, hast du bis hier eine Bemerkung oder einen Kommentar zugeben? Wenn du dein Tja, was ist denn das hier jetzt? Da ist er jetzt weggefallen. Ja, hallo, moin. Irgendwie steckt der Wurm heute bei mir drin. Hast du auch verkehrt einen Knopf gedrückt oder was? Ja, ich habe das Fenster von dem Chat geschlossen und in dem Moment war plötzlich der Pfeil irgendwie der Mauszeiger genau unter dem ich, das, ne, das, ich, das Auflegzeichen und weg war ich. Und weg warst du, ja. Ja, tut mir leid, heute steckt mir mehr oder weniger auch der Wurm drin irgendwie, aber es gibt ja auch mal so Tage, ne? Das gibt so Tage, ja. Hast du denn einen Kommentar zu dem? Ja, ich wollte nur sagen, dass der Philipp der Vierte war das wohl. Philipp der Vierte, ich wusste es war ein Vierter, aber ich wusste den Namen nicht mehr, danke. Philipp der Vierte war es, genau. Der hatte den Zwist mit den Tempelrittern damals und dann auch mit Bonifaz dem Achten, den er dann übrigens auch später noch inhaftiert hat und der dann in Haft gestorben war. Das ist noch eine andere Sache. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt soweit geklärt. Das war jetzt die Basis, die ich legen wollte, bevor wir jetzt die Bulle Unam Sanktam lesen, die kommt von Bonifaz dem Achten, das ist der, den wir hier ja schon mal gesehen haben. Dann lesen wir jetzt mal hier über die Einzigkeit der Kirche oder Unam Sanktam. Unam Sanktam heißt im Grunde eine heilige oder einzig heilige Kirche, das ist damit gemeint. Unam ist eins und Sanktam ist heilig. Also eine heilige heißt das eigentlich. Und von daher finde ich die Namenszusammenfügung der beiden Papiere Diktatus Papai Unam Sanktam eigentlich einen schönen Titel für dieses Video. Deswegen habe ich das auch so benannt. Ich habe das hier schon mal hingeschrieben. Diktatus Papai Unam Sanktam wie der Papst Weltmacht fordert. Ja, mit Bruder Victor. Das wird mir hier der Lauftext im Video. So wird das Video hier heißen. So, dann gehen wir jetzt in die Bulle Unam Sanktam rein. Victor, du hast das Papier da, dass du mitlesen kannst. Also Einzigkeit der Kirche Unam Sanktam Eine heilige, katholische und ebenso apostolische Kirche zu glauben und festzuhalten werden wir auf Drängen des Glaubens gezwungen und diese glauben wir fest und bekennen wir aufrichtig. Außerhalb derer also diese einzige Kirche weder Heil noch Vergebung der Sünden ist. Sie stellt den einen mystischen Leib dar und dieses Leibeshaupt ist Christus. Christi aber ist Gott. In ihr ist ein Herr ein Glaube und eine Taufe. Epheser 4 Kapitel 4 Vers 5 Das lesen wir in der Schlachter so wie folgt. Zitat Ein Leib und ein Geist wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr ein Glaube eine Taufe ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Ein Vater der im Himmel ist und nicht der Vater der sich Papst nennt hier und derjenige ist der die Position oder die Rolle meint einnehmen zu müssen. Weiter fährt es fort eine Arche Noas gab es nämlich zur Zeit der Sintflut die die eine Kirche vorausbildete. In einer Elle vollendet hatte sie einen Führer und Lenker nämlich Noah. Außerhalb dieser wurden wie wir lesen alle Wesen auf der Erde vernichtet. Also die römisch-katholische Kirche vergleicht sich hier auch mit der Arche Noah in der damals die Kirche nämlich die einzige überlebende Ahnenfolge Lass uns mal sagen jetzt fällt mir gerade kein besseres Wort ein um das sagen zu können die Saat die in Genesis 3 15 angesprochen wurde gerettet wurde. Gott hat alle anderen auf der Welt ertrinken lassen und hat nur diese eine Linie gerettet aus der nachher die Saat hervorkommen sollte die der Schlange den Kopf zertreten sollte und die die Schlange in die Ferse stechen sollte. Und da haben wir in anderen Gesprächen drüber gesprochen nicht im Video aber andere interessante Dinge wie sich das mit der Flut zugetragen hat was die Riesen waren was die Nephilim waren und so weiter und so weiter da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen jedenfalls behauptet die römisch-katholische Kirche von sich dass sie damals im Grunde stellvertretend das war was auf der Arche überlebt hat und genauso meint sie dass sie auch jetzt die einzige Kirche ist hier auf der Erde die Jesus Christus vertritt. Das meint sie das ist aber deswegen nicht der Fall weil die Behauptung der römisch-katholischen Kirche ist ja nicht unbedingt Wahrheit. Diese verehren wir aber auch als einzige. Übrigens was ich auch noch interessant finde mal kurz bevor ich das hier vergesse es steht hier ja sie stellt den einen mystischen Leib dar und sagt ist das nicht über die Vergebung der Sünden wo steht das denn steht das nicht hier ich habe das in diesem Papier gelesen diese glauben wir fest und bekennen wir aufregend außerhalb derer weder Heil noch Vergebung der Sünden ist da darf ich euch mal eben eine biblische Frage stellen wo steht denn bitteschön in der Bibel dass innerhalb der Kirche Vergebung der Sünden ist also soweit ich die Bibel verstehe und ich denke auch soweit Viktor die Bibel versteht ist Vergebung der Sünden nur bei unserem Vater im Himmel den wir durch unseren Erlöser Jesus Christus ansprechen können in Christus ist Erlösung der Sünden im Vater im Himmel ist Erlösung der Sünden aber doch nicht innerhalb der Kirche ja es gibt doch kein Heil in der Kirche es gibt ein Heil in Jesus Christus Jesus Christus der Mittler zwischen uns gefallenen Menschen und dem Vater aber nicht innerhalb der Kirche also von daher schon mal diese Stellung der römisch-katholischen Kirche außerhalb dieser Kirche weder Heil noch Vergebung der Sünden ist total verkehrt Vergebung und Heil und Vergebung der Sünden ist nur in Jesus Christus und nicht in der Kirche nicht in irgendeiner Verbindung ich habe ja auch keine Vergebung meiner Sünden wenn ich hier mit zwei drei Brüdern in Christus zusammen bin da habe ich auch keine Vergebung meiner Sünden sondern wir haben das in Jesus Christus aber niemals in der Kirche also da ist die römisch-katholische Kirche natürlich schon mal verkehrt bevor wir jetzt in Punkt 871 gehen aber das steht wie gesagt diese Punkte das ist wörtlich übersetzt aus der Bulle und das ist eine päpstliche Bulle die die normal unabänderlich ist die unfehlbar ist Unam Sanktam hier ist das Bild davon damals veröffentlicht und das ist im Grunde römisch-kanonisches Recht was hier drin steht unveränderlich im nächsten Punkt Sauerteig darin ich muss sagen ich glaube im Deutschen spricht man nicht so sehr von Hefe sondern eher von dem Sauerteig im Englischen heißt das ja Leaven das ist die Hefe aber es ist wohl der Sauerteig und der Sauerteig hier in diesem Text ist natürlich die Sakramente weil es gibt von unserem Herrn Jesus Christus keine für die Glaubensgemeinschaft hier auf der Erde eingesetzten Sakramente kein einziges da war selbst Luther verkehrt wo er meinte ich reduziere die sieben Sakramente auf zwei nämlich die Taufe und die Ehe das sind aber keine Sakramente aber das ist wieder ein anderes Thema diese ist jenes nahtlose Gewand aus Johannes 19 Vers 23 des Herrn das nicht zerrissen wurde sondern durch das Los zuviel 8,72 die eine und einzige Kirche hat also einen Leib ein Haupt nicht zwei Häupter wie eine Missgeburt nämlich Christus und den Stellvertreter Christi Petrus und den Nachfolger des Petrus denn der Herr sagt zu Petrus selbst weide meine Schafe in Johannes 21 17 meine sagt er und zwar allgemein nicht einzeln diese oder jene daraus ersieht man dass ihm alle anvertraut wurden wenn also Griechen oder andere sagen sie seien Petrus und seinen Nachfolger nicht anvertraut worden dann müssen sie gestehen dass sie nicht zu den scharfen Christi gehören denn der Herr ja interessant ist doch wie sich die römisch katholische Kirche hier selbst widerspricht oder die eine und einzige Kirche hat also einen Leib ein Haupt nicht zwei Häupter wie eine Missgeburt nämlich Christus und den Stellvertreter Christi aber der Papst behauptet doch von sich der Stellvertreter Christi zu sein der Papst behauptet von sich er ist das sichtbare Haupt der Kirche hier auf Erden wenn aber wirklich nur ein Haupt da ist nämlich Christus dann kann das der Papst ja nicht sein also sie widerspricht sich hier selbst der Stellvertreter Christi ist dann ja kein Haupt der Kirche der Papst behauptet aber von sich das Haupt der Kirche zu sein der Stellvertreter Christi hier auf Erden behauptet von sich selbst Jesus Christus zu sein das ist aber Blasphemie ich weiß das hier wie siehst du das hier das ist ja mal wieder so ein schönes Beispiel dafür wo sich die römisch-katholische Hefe oder der Sauerzeig sich dann selbst neutralisiert also sprich ja ist es definitiv an der Stelle auch wo man dann auch denke ich einen entscheidenden Punkt auch nochmal so sieht dass die römisch-katholische Kirche sich halt mit dem Deckmantel des Christentums oder dem Deckmantel des Christentums umgehangen hat aber immer noch darauf beruht sich darauf beruht selbst dann den Stellvertreter des Jesus Christus zu verkörpern was ja aber letztendlich nicht geht weil es gibt nur einen der sag ich mal dem wir uns unterordnen und das ist Jesus Christus und sie sagt ja selber die eine einzige Kirche einen Leib und ein Haupt nicht zwei Häupter wie eine Missgeburt also nämlich Christus und den Stellvertreter Christi ja aber das ist doch und ist doch zwei oder ja eins und eins macht zwei wenn sie sagt hier nämlich Christus und den Stellvertreter Christi dann spricht sie doch von zwei Häuptern ja denn der Herr sagt zu Petrus selbst weide meine Schafe also mit anderen Worten kasuistik und sophistik berücksichtigend sagt die Kirche hier eigentlich ist Christus das Haupt aber Christus gibt das Haupt an seinen Stellvertreter dieser Stellvertreter ist Petrus und der Nachfolger Petrus das ist der Papst denn der Herr sagt zu Petrus weide meine Schafe also mit anderen Worten Christus der hier noch steht als Haupt nämlich Christus das ist ja wohl glaube ich ganz deutlich wird in dem nächsten Satz bereits die Position als Haupt der Kirche abgenommen und dafür wird der Nachfolger des Petrus eingesetzt zu dem Christus gesagt hat weide meine Schafe und es ist ja nun mal auch so dass Jesus Christus das perfekte Lamm verkörpert und das kann nun mal kein menschlicher Stellvertreter in irgendeiner Art und Weise repräsentieren das ist nun mal so nicht möglich und auch in der Heiligen Schrift in keinem Vers irgendwo erwähnt richtig wir müssen übrigens meine Bildereinstellung nachher nochmal checken hast gesehen ich gehe auf die Bilder und die kommen nicht mehr die wurden von so gezeigter das funktioniert nicht mehr können wir hier nochmal einstellen lesen wir erstmal das Papier weiter die geistliche vollmacht der kirche durch die aussagen der evangelien werden wir belehrt dass in dieser ihrer gewalt zwei schwerter sind nämlich das geistliche und das zeitliche dafür führt sie Lukas 22 38 und Matthäus 26 52 an für die schwerter das ist absolut lächerlich ja in der vatikanischen flagge führt sie dafür die schlüssel an der silberne schlüssel für die weltliche macht und der goldene schlüssel für die geistige macht die die römisch katholische kirche ausführt das ist wenn man das mit dem bibelverständnis dabei liest was die römisch katholische kirche sie hier anmaßt absolut lächerlich weil das heißt mit anderen worten dass die macht von jesus christus abgegeben ist an ein stellvertreter hier auf erden und wir wissen der einzige rechtmäßige stellvertreter christi hier auf erden ist der heilige geist und nicht irgendein mensch deswegen fahren sie also fort beide sind also in der gewalt der kirche nämlich das geistliche schwert und das materielle und da bin ich so tief drauf eingegangen dass ich da jetzt gar keine lust habe groß drüber zu sprechen schaut euch bitte die videos an in der video abspielliste luther 2017 die lesung in dem buch wieder das papstum zu rom vom teufel gestiftet da bin ich unglaublich tief auf diese falschlehre der römisch katholischen kirche eingegangen dass die eben meinen sowohl die geistliche als eben auch die weltliche macht zu besitzen durch die schwerter oder die schlüssel das kann man jetzt auslegen wie man will jedoch ist dieses für die kirche jenes aber von der kirche zu hand haben mit anderen worten dieses das für die kirche zu hand haben ist ist das weltliche schwert und das was von der kirche zu hand haben ist das geistige schwert jenes schwert in der hand des priesters das ist also das geistige dieses in der hand der könige und soldaten also der weltlichen macht deswegen hat die römisch katholische kirche auch immer die tribunale der inquisition gehalten und dann die verurteilten an die weltliche macht gegeben dass die weltlichen richter und henker dann die verurteilten getötet haben die römisch katholische kirche hat dann immer schön ihre hände in unschuld gewaschen aber auf die zustimmung und duldung der priester hin also mit anderen worten die weltliche macht kann gar nichts machen wenn der priester nicht seine zustimmung dazu gibt es gehört sich aber dass ein schwert unter dem anderen ist und die zeitliche autorität sich der geistlichen gewalt unterwirft auf basis der römisch katholischen lehre die geistige steht über der weltlichen macht dass die geistliche gewalt jedwede irdische sowohl an würde als auch an adel überragt müssen wir umso deutlicher bekennen je mehr das geistliche das zeitliche überragt denn wie die wahrheit bezeugt muss die geistliche gewalt die irdische gewalt einsetzen und richten wenn sie nicht gut war das problem ist mit wenn sie nicht gut war ist dass die geistige macht hier die synagoge satans ist und dass nicht der gott der bibel bestimmt was gut und was schlecht ist sondern die römisch katholische kirche bestimmt ist der papst bestimmt ist der satan bestimmt ist deswegen haben wir auch keine gerechtigkeit in dieser welt nur mal ebenso nebenbei der mensch bestimmt hier was gut ist und was nicht gut ist denn wie die Wahrheit bezeugt muss die geistliche gewalt die irdische gewalt einsetzen und richten wenn sie nicht gut war aber wenn ich nicht den gott der bibel als basis nehme um zu bestimmen was gut und was nicht gut ist dann bin ich auf abwägen und das ist das Problem weshalb die Welt so ist wie sie heute ist wenn also die irdische gewalt abirrt dann wird sie von der geistlichen gewalt gerichtet werden wenn aber eine niedrigere geistliche abirrt dann von ihrer höheren also nach dem motto ein priester verfehlt sich dann wird er von einem bischof abgerichtet wenn aber die höchste dann wird sie allein von gott nicht von menschen gerichtet werden können wie der apostel bezeugt der geistliche mensch richtet alles selbst aber wird er von niemandem gerichtet wieder die Möglichkeit hier für die römisch-katholische kirche die sich dann selbst als gott einsetzt dann wird sie allein von gott nicht vom menschen gerichtet werden ja aber wenn die römisch-katholische kirche sich selber oder den papst selber als gott bestimmt in vielen veröffentlichungen der römisch-katholischen kirche ganz deutlich steht drin dass der papst ein gott auf erden ist dann ist der papst eben nicht mensch in dem augenblick sondern gott wenn er richtet und er kann richten so muss man das eben verstehen diese autorität ist aber auch wenn sie einem menschen verliehen wurde und durch einen menschen ausgeübt wird keine menschliche sondern vielmehr eine göttliche gewalt die petrus aus göttlichem munde verliehen und ihm und seinen nachfolgern in christus selbst den er als fels bekannt hat bestätigt wurde als der herz petrus selbst sagte alles was du gebunden hast und so weiter auch da gehe ich in der lesung wieder das papstum zu rom intensiv drauf ein und das würde jetzt viel zu weit führen das hier auch zu tun da habe ich kein Interesse dran geht dann hin und schaut euch die Videos an die habe ich ja für einen Grund gemacht wieder steht es hier römisch menschliche sondern vielmehr eine göttliche Gewalt die petrus aus göttlichem munde verliehen und ihm in seinen nachfolgern christus selbst wo steht denn in der bibel bitte dass das seinen nachfolgern von christus selbst angetan wurde das dichtet die römisch katholische kirche dazu was jesus christus petrus damals gegeben und aufgetragen hat ist eine Sache dass die römisch katholische kirche sich erstens als nachfolger petrus erkennt was sie gar nicht ist ist ein fehler und der zweite fehler ist dann auch noch dass sie sagen diese nachfolger haben dieselbe macht wie petrus selber davon hat jesus christus niemals gesprochen in der bibel da gibt es keinen einzigen vers der das bestätigt wer immer sich also dieser von gott so angeordneten gewalt widersetzt widersetzt sich der anordnung eingehen wenn ich die bibelstudie zu römer 13 mache da steht ja drin dass alle macht von gott eingesetzt sind auf dieser welt oder alle regierung oder wie auch immer man das jetzt sagen will schau mal eben nach römer 13 sekunde jedermann ohne jedermann ordne sich den obrigkeiten unter die über ihn gesetzt sind denn es gibt keine obrigkeit die nicht von gott wäre die bestehenden obrigkeiten sind von gott eingesetzt das sagt die bibel weiter müssen wir aber in römer 13 auch verstehen deswegen lese ich das jetzt nicht ganz vor das ist eine eigene bibelstudie wenn aber diese obrigkeiten die von gott eingesetzt sind sich von gottes gesetzen entfernen dann kann ich abtrünig geworden ist da haben wir ja beispiele im alten testament mehr als gelog für die könige von israel und die könige von juda sind ja auch immer wieder abgefallen dann muss ich den leuten auch nicht mehr folgen das mussten die leute damals auch nicht man muss sich entscheiden folge ich dem geistigen vater oder folge ich dem der sich auf der erde vater nennt also hier römer 13 2 anzuholen ist eine ganz billige nummer die man nur richtig verstehen kann wenn man weiß natürlich sind alle obrigkeiten von gott eingesetzt gar keine frage auch wenn es schlechte obrigkeiten sind gar keine frage aber sobald diese obrigkeiten in streit mit der bibel lehren oder gesetze bringen dann kann ich denen nicht mehr folgen weil dann muss ich die entscheidung treffen wem folge ich den menschen oder dem herren also noch mal wer immer sich also dieser von gott so angeordneten gewalt widersetzt widersetzt sich der anordnung gottes wenn er nicht wie manikeus erdichtet dass es zwei anfänge gebe was wir als falsch und heretisch beurteilen denn so bezeugt moses nicht in den anfängen sondern im anfang erschuf gott himmel und erde und jetzt kommen wir zu dem punkt weshalb ich das ganze video gemacht 875 in der päpstlichen Bulle Unam Sankt dann lautet Zitat wir erklären und damit spricht er natürlich der Papst für das Papsttum für alle Päpste vor ihm und nach ihm und ihn selbst wir erklären sagen und definieren nun aber dass es für jedes menschliche Geschöpf unbedingt notwendig zum Heil ist dem römischen Bischof unterworfen zu sein und damit ist ganz deutlich klar gestellt dass diese päpstliche Bulle von Bonifaz dem achten Papst Bonifaz dem achten eine heresie ist eine biblische heresie eine gotteslästerung weil in der bibel steht ganz deutlich drin dass wir nur erlösung in und durch jesus christus finden und durch niemand anders ich bin der weg die wahrheit und das leben und niemand kommt zum vater außer durch mich ich bin das tor ich bin der weg ich bin die wahrheit sagt jesus christus und weiter steht in der bibel geschrieben dass es nur einen mittler gibt zwischen gott dem vater und dem menschen den man man jesus christus und das steht auch in der bibel geschrieben dass hilfe mal wo steht das jetzt wieder komme ich auf das zital ich hatte es gerade eben noch aber da war ich noch am erklären es ist den menschen kein anderer name unter dem hin gegeben als der name jesus christus zur erlösung also die römisch katholische kirche sagt hier und definiert hier dass es für jedes menschliche geschöpf unbedingt notwendig zum heil ist dem römischen bischof unterworfen zu sein und die bibel sagt ganz deutlich nur in jesus christus findest du dein heil nur in jesus christus findest du deine erlösung wer jesus christus glaubt wer jesus christus hier auf der erde wie sagt man das verkundet verkündet und bekundet und seinen vater und verkündet dass jesus der christ ist und dass jesus für uns am kreuz für unsere sünden gestorben ist und dass wir nur durch jesus christus in den himmel kommen und dass es nur die gnade des herrn ist das geschenk der gnade das uns errettet wenn ich das der römisch katholischen kirche sage dann bin ich ein heretiker aber das was die römische kirche hier sagt ist genau das gegenteil von dem was die bibel sagt und diese bulle unam sanctam ist heute immer noch so gültig wie sie damals gültig war das ist heute immer noch das dogma für jeden katholiken außerhalb der römisch katholischen kirche wenn ich nicht dem römischen bischof dem pontifex maximus unterworfen bin dann habe ich keine erlösung und für die erlösung innerhalb der römisch katholischen kirche muss ich meine werke verrichten ich muss die sakramente folgen und das ist absolut 180 grad gegenüber dem was die bibel lehrt wir erklären sagen und definieren nun aber dass es für jedes menschliche geschöpft unbedingt notwendig zum heil ist dem römischen bischof unterworfen zu sein die römisch katholische kirche mag selbst an bestimmten plätzen sagen von okay es ist jesus zu dem wir durch dem wir zum vater kommen dann fügt sie aber noch hinzu aber wir kommen zu jesus nur durch maria wieder so eine falsch lehre falsch lehre falsch lehre falsch lehre und jeder katholik der sich dieses video anguckt muss halt probieren mir die punkte die ich hier gesagt habe zu widerlegen auf basis der bibel und ich glaube das ist eine unmöglichkeit wir haben gelernt dass gregor der siebte mit seinen aussagen mit seinen 27 thesen nenne ich jetzt mal hier die 95 thesen von luther sind andere hier haben wir 27 thesen des papstes dass er mit diesen ganz deutlich seinen macht anspruch hier auf der welt erklärt hat dafür sind diese thesen da im jahr 1075 aufgrund dieser thesen von 1075 baut sich bonifaz der achte in 1302 auf und bringt dann diese bulle unam sanctum daraus auf basis dieser thesen und wir haben gelernt dass diese thesen aufgebaut sind aufgrund der falschen isodorischen der pseudo isodorischen dekretale wir haben das selbst gelesen ich habe es hier noch aufstehen das hatten wir gelesen das ist eine fälschung die selbst in der römisch katholischen kirche anerkannt als fälschung ist das heißt wenn diese 27 thesen vom papst gregor sich aufbauen auf dem pseudo isodorischen dekretalen die als fälschung anerkannt sind und papst innozenz der achte baut darauf seine bulle unam sanctum auf dann ist alles gebaut auf lüge so einfach kann man die lüge selbst mit römisch katholischen eigenen dokumenten entlarven und damit bin ich zu diesem punkt am ende angekommen das war eine erklärung diktatus papai unam sanctum in zusammenhang mit romanismus und die reformation um die deutlichkeit der drei wichtigen päpste klar zu machen und wie die sich ihre eigene wahrheit dahin dichten und probieren es mit der bibel zu stützen und damit im grunde sich selber nur als lügner outen so und dann möchte ich gerne Victor noch sein abschließendes wort geben ja vielen dank ich weiß nicht ich hatte jetzt noch vielleicht ein zwei stellen aus der bibel die vielleicht noch interessant wären sicher gerne ich hab hier die in dem zusammenhang ja das war jetzt auch wo wir jetzt mit mich noch drüber gesprochen hatten zum beispiel über das eine wort letztens wo wir so die so eine kleine selbststudie gemacht haben das das war ja einmal ich glaube wir hatten gesprochen über Jesaja Kapitel 14 ja da geht das das spottlied auf den könig von babel und in dem zuge auch hatten wir noch mal gesprochen über Hesekiel 28 jetzt weiß ich nicht vielleicht sagst du ja eventuell ja Hesekiel ist noch ein bisschen treffender es geht da glaube ich auch um diese fünf Ichs die erwähnt werden die leider aber so nicht in der deutschen Schlacht da nicht so gut zum Zuge kommen oder nicht so hervorgehoben werden wie in der englischen King James Bibel was denkst du wir haben ja Jesaja 14 Verse 12 bis 15 wo eine Diskrepanz ist wenn man das vergleicht mit der direkten englischen Version also der König James weil hier eben die fünf Ichs nicht genannt werden es steht hier wie bist du vom Himmel herab gefallen du Glanzstern Sohn der Morgenröte wie bist du zu toden geschmetterte überwältiger der Nation und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen ich will zum Himmel empor steigen und meinen Stern über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden ich will empor fahren auf Wolken Höhen dem allerhöchsten mich gleich machen doch ins toten reich bist du hinab gestürzt in die tiefste grube hier lesen wir 14 da sprechen wir eben von den fünf Eis das fünfmal ich das Viktor gerade erwähnt hat da heißt es fünfmal ich und das fünfmal ich ist die erklärung für das pentagramm und für die bewegung des planeten venus im himmel der im laufe von etwas über acht jahren das pentagramm in den himmel zeichnet das lernen wir noch in herrscher des bösen und wolltest du da jetzt noch einen Kommentar zu geben zu diesem Punkt oder ja der Punkt war für mich so interessant weil im Grunde genommen für mich sich im ersten Augenblick sich das wenn ich mir auch jetzt da dieses Papier mit dem Papai Diktator mir angesehen habe dass mich daran erinnert hat wie sich der Antichrist an der Stelle in der Bibel sich das so ein bisschen gleicht also so eine Analogie da ist wie der Papst sich hier in der Welt im Grunde erhöht und damit im Grunde hier schriftlich manifestiert was wir hier in der Bibel in Jesaja 14 lesen richtig genau das war nochmal gut zusammengefasst von dir vielen Dank und in Hesekiel 28 das war auch ganz interessant da haben wir im Grunde was Vergleichbares gelesen auch hier geht es um die Weissagung des Fürsten von Tyrus aber das ist ja nur was in der Welt sich widerspiegelt von dem was man über den Himmel sagt es geht ja darum dass im Grunde der Fürst von Tyrus hier gleichgesetzt wird mit dem Teufel und das ist genauso eine Verweisung wie wir viele Vorläufer des Papstes in der Bibel auch haben wie zum Beispiel Pharao im alten Ägypten der ist ein Sinnbild des Papstes heute Nimrod in der Bibel ist ein Sinnbild des Papstes heute Herod zur Zeit Jesu Christi der Kaiser ist ein Sinnbild des Papstes heute es ist immer ein Spiegel von dieser Fürst von Teirus war zwar eine wirkliche Person und gegen ihn wurde das hier gesagt aber gemeint war damit das was tatsächlich im Himmel geschehen ist wo man tatsächlich über Lucifer gesprochen hat wo es denn hier heißt ich bin ein Gott da du doch ein Mensch und nicht Gott bist er erhöht sich hier zum Menschen und macht im Grunde das gleiche was Lucifer gemacht hat im Himmel auf der anderen Seite auch genau das gleiche was der Papst hier auf dieser Erde macht der sich auch zum Gott erhebt der sagt ich bin Gott Gott und ich wir können dasselbe tun oder ich kann beinahe alles das tun was Gott kann das behauptet der Papst von sich selber das ist römisch kanonisches Recht das saugen wir uns nicht irgendwie aus dem Daumen das ist so von daher das ist ein ganz interessanter Punkt wir haben dann hier noch den Schaffung wurden sie bereitet du warst ein gesalbter schützender Kerob ja ich hab dich dazu eingesetzt du warst auf dem heiligen berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen und da hat dann Michael gesagt denk doch nochmal an das berühmte Lied von den Beatles Lucy in the sky with diamonds anstatt an die Droge LSD zu denken Lucy in the sky hinaus wollte richtig ja richtig genau gut das hat sich dann ja auch ich sag mal im ja sozusagen ja nicht zufällig ergeben aber ich glaube im Zuge unserer letzten Unterhaltung passte das jetzt nochmal ganz gut auch auf das Thema weil ich finde zumindest dadurch dass du jetzt vorher dieses Papal oder Diktatus Papal gelesen hast ist letztendlich ja diese Bulle unterm zankt haben ja irgendwo nur konsequent und ein logischer folgerichtiger Schritt des Teufels weil wenn er sich erhebt zu Gott auf Erden dann muss er auch seinen Vertreter hier auf Erden zu Gott erheben ja und er ist ja natürlich dann in dem Sinne auch derjenige der bestimmt wer erlöst wird aus seiner Sicht das Problem ist nur dass seine Erlösung in die Hölle führt ja richtig dass das ganz 180 Grad im Gegensatz zur Bibel steht zur Lehre der Bibel genau ja dann sind wir so weit rund heute ja ich denke schon vielleicht noch auf den Punkt noch mal kurz zu sprechen du hattest ja auch erwähnt einmal das ist ja auch diese diese oder wenn wir jetzt noch mal darüber sprechen über diese Erlösungsfrage beziehungsweise wo der Laie oder der Sünder versucht sage ich mal selbst durch die Doktrin der römisch katholischen Kirche also ja du sagst es ja Hefe oder man sagt ja auch Sauerteig ja dass die letztendlich die die Laien dazu verleitet werden eben diese Abgründe diese Übel den des selbsternannten Stellvertreters Gottes auf Erden dass sie denen folgen und wir wissen ja auch aus der Bibel wir sollen ja nur wir können nur einem oder wir sollen nur einem Herrscher dienen oder einem König dienen und der ist nun mal nicht hier auf Erden ja da fiel mir das dazu noch ein das war so im Zuge weil du ja auch momentan das Projekt noch hast mit dem katholischen systematischen katholischen Sex Missbrauch Skandal Kindes Missbrauch Skandal ja Kindes Missbrauch Skandal wo der Richard Bennett ja auch in dem Papier fand ich das auch nochmal ganz gut so hervorgebracht hat wie die römisch-katholische Kirche halt durch ihre Doktrin durch ihre ja ich sag mal Falschauslegung der Lehre der Bibel dafür sorgt oder dafür Sorge trägt dass die Menschen halt denken dass sie durch Werke durch ihr eigenes Können wie auch immer sich dadurch dann und sterblich machen aber durch ihr eigenes Zutun errettet werden und eben das gratis Geschenk der Gnade von Gott annehmen richtig ich denke da ist mir noch eingefallen ich glaube das war Römer Kapitel 9 da geht das um Moment jetzt muss ich nochmal selbst kurz gucken es ist glaube ich der Vers 6 aber ich denke vielleicht ist auch nochmal die Verse drumherum auch nochmal interessant Römer Kapitel 9 wo fangen wir dann an Vers ja am Anfang es ist Vers 6 Vers 6 nicht aber dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre denn nicht alle die von Israel abstammen sind Israel Moment mal ich muss mal eben kurz gucken ich bin jetzt vielleicht doch gerade irgendwie falsch gelandet ich glaube du wolltest das sagen dass es um die Gnade geht weil wenn die Gnade ist dann sind es Werke und wenn es durch Werke ist dann ist die Gnade wieder nichts dann ist das Moment ich habe eigentlich die Stelle hier auch gerade 916 Entschuldigung dann ist es das nächste der nächste Vers was wollen was wollen wir nun sagen das ist also 914 was wollen wir nun sagen ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott das sei ferne denn zu Moses spricht er wem ich gnädig bin dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme über den erbarme ich mich übrigens nochmal so ein Vers der ganz deutlich macht dass der freie Wille nichts ist das wir Menschen wir bibelgläubigen Christen haben Gott sagt wem ich gnädig bin dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme über den erbarme ich nicht also nicht ich wähle Gott sondern Gott wählt mich so liegt es nun nicht an jemand das wollen oder laufen sondern an Gottes Erbarmen was macht das mit eurem freien Willen denn die Schrift sagt zum Pharao eben dazu habe ich dich aufstehen lassen dass ich an dir meine Macht Name verkündigt werde auf der ganzen Erde so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will nun wirst du mich fragen warum tadelt er dann noch denn wen kann er seinem Willen widerstehen ja oh Mensch wer bist denn du dass du mit Gott rechten willst spricht auch das Gebilde zu dem der es geformt hat warum hast du mich gemacht oder hat nicht wenn nun aber Gott da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat die zum Verderben zugerichtet sind damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat als solche hat er auch uns berufen nicht allein aus den Juden sondern auch aus den Heiden wie er auch durch Hosea spricht ich will das mein Volk nennen was nicht mein Volk war und die Geliebte die nicht meine Geliebte war und es soll geschehen an dem Ort wo zu ihnen gesagt wurde ihr seid nicht mein Volk da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden Jesaja aber ruft über Israel aus wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer so wird doch nur der Überrest gerettet werden denn eine abschließende und beschleunigende Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen ja eine summarische Abrechnung über das Land und wie Jesaja vorher gesagt hat hätte der Herr Heerscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen so wären wir wie Sodom und Gomorra gleich gemacht wie Sodom geworden und Gomorra gleich gemacht ja damit haben wir immer noch den Punkt nicht mit der Gnade und den Werken aber das ist dann für ein anderes Mal dass wir den Abschluss finden ich würde sagen hast du jetzt noch ein abschließendes Wort für unsere Zuschauer Viktor für diese Sendung heute an sich denke ich ja ich denke mal vielleicht auch in allererster Linie natürlich für die Menschen die vielleicht ja sag mal im Großteil ihres Lebens natürlich viel mit der katholischen römisch-katholischen Hefe oder dem Sauerteig ich sag mal immer in Berührung gestanden haben ich denke für die ist es dann noch mal ganz besonders wichtig sich das dann doch ja auch sich das so zu Gemüte zu führen ob das so seine Richtigkeit hat was der selbsternannte Stellvertreter Gottes auf Erden so von sich gegeben hat ja ich denke speziell auch für die Menschen sollte man ja doch auch das Thema was wir oder was du jetzt hier besprochen hast doch besonders auch sich das noch mal zu Herzen nehmen ja an der Stelle freue ich mich dann eventuell auf ein nächstes ähnliches Projekt mit dir und verbleibe dann ja so wie gehabt und freue mich dann bis zum nächsten Mal und tschüss tschüss Viktor Dankeschön dass du da noch was teilnehmen können heute und ich denke dass ich meinen Titel des Videos jetzt noch ein wenig erweitern werde ich werde es nennen Dictatus Papai Unam Sanctam Ad Absurdum weil wir haben mit dieser Lesung heute die Behauptungen des Papstes sowohl in Dictate Papai sowie auch in Unam Sanctam biblisch Ad Absurdum geführt und ganz sicher dadurch weil die Päpste sich aufeinander berufen das heißt Bonifaz Bonifaz der Achte beruft sich auf Gregor den Siebten mit seiner Bulle Unam Sanctam und Gregor der Siebte beruft sich mit seinen 27 Thesen auf die Pseudo-Isidorischen Dekretale die als Fälschung nachgewiesen sind und damit ist das ganze Thema Ad Absurdum geführt und die ganze römisch-katholische Kirche der Lächerlichkeit preisgegeben denjenigen die die Bibel verstehen und gelesen haben und in Jesus Christus glauben und für die ist dieser Bericht an erster Stelle und für alle anderen Katholiken mit einer ganz großen Aufruf ganz ganz großer Aufruf lest Offenbarung Kapitel 18 Vers 4 ich habe es jetzt natürlich nicht griffbereit ich probiere eben meine Bibel ganz schnell aufzuschlagen um das noch ordentlich zitieren zu können aus der Bibel weil ich kann das immer besser lesen als aus dem Herzen zitieren oder aus dem Kopf und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel die sprach geht hinaus aus ihr mein Volk damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihrem Plagen empfangt denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht um diesen Spruch auch wirklich folgen zu können müsst ihr eure Bibel lesen nur dort steht die Wahrheit nicht in römisch katholischen Veröffentlichungen nicht in römisch katholischen Bullen Enzykikalen oder anderen päpstlichen oder sonst wie Veröffentlichungen oder Schreiben auch nicht auf deren Webseiten oder in deren Videos nur in der Bibel findet ihr die Wahrheit und dafür müsst ihr sie lesen also bis zum nächsten Mal lest eure Bibel Maranatha